In dem Video gehe ich mal auf die Geodäsie, auf trigonometrische Berechtigonometrie ein. Ziel ist von einem Linienleer, den habe ich jetzt als temporären Layer angelegt, von einer bestimmten Linie, ich habe jetzt hier den Anfangspunkt ausgewählt, angeklickt und das ist jetzt der Endpunkt und mit rechter Maus das da abgesetzt. Dass wir hier von dem Anfangspunkt, der hier vorne ist, eine neue Linie digitalisieren, die im rechten Winkel zu dieser sogenannten Basislinie steht. Wir können das relativ einfach mit den Geometriewerkzeugen machen, über die erweiterte Digitalisierung. Um die zu digitalisieren, gehen wir ganz einfach wie folgt vor. Wir wählen den Anfangspunkt aus, legen fest, was die Basislinie ist und setzen den rechten Winkel. Und anschließend können wir hier automatisch von dem Punkt, entweder hoch oder runter, in den rechten Winkel eine neue Linie setzen, abschließen und wir haben einen rechten Winkel zur Basislinie. Das soll automatisiert passieren. Ich habe da hierfür einen Code geschrieben und bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das natürlich die einfachste Variante ist. Aber man kommt dazu sehr schön in die geodätischen Grundlagenwissen, gerade in Bezug auf Richtungswinkel wieder. Da kann ich euch, das verlinke ich auch mal in der Videobeschreibung, euch den YouTube-Kanal von Vermessung und Ausbildung empfehlen. Und gerade hier diese Winkel, was eben ein Richtungswinkel ist, wie man den berechnet, Beispiele 1 und 2 hat er sehr schön erklärt, hier und dann die Quadranten, die für uns relevant sind. Wir haben ein Koordinatenbezugssystem und in einem Koordinatenbezugssystem liegt eine Linie immer in einem bestimmten Quadrant. Dann schaut euch die Videos an, dort wird es sehr schön erklärt. Wir starten, weil wir natürlich die Sinus-Kosinus-Tangents-Funktionen benötigen, importieren NumPy. Anschließend wählen wir den Layer aus, den wir bearbeiten möchten und setzen die Features in eine Variable. Gehen anschließend mit der Vorschleife durch, setzen die Linie als Pulley-Line in diese Variable und dann werden die Deltas berechnet, einmal den Y und den X-Delta. Hier müsst ihr auch wieder aufpassen, dass X und Y zwischen dem mathematischen und dem geodetischen System vertauscht ist und bestimmen erstmal von dieser Linie eben den Delta, den Delta-Wert. Wir haben hier einen Anfangspunkt immer. Anfangspunkt hat eine X- und Y-Konordinate und der wird in der Geometrie als Geometriepunkt mit 0 bezeichnet. Und der Endpunkt ist immer eine Minus 1. Wir könnten ja noch weitere Punkte als Pulley-Line haben, so wie hier. Dann haben wir natürlich Anfangspunkt und dann hätten wir den Punkt 1 und 2 und dann wäre das der Endpunkt, die Minus 1. Damit wir jetzt erstmal wissen, wie der Richtungswinkel ist. Der Richtungswinkel in einem Koordinatenbezugssystem, wir müssen uns jetzt einfach mal hier eine Linie denken, dann ist der Winkel von hier bis zu dieser Linie. Also hier in dem Fall werden es, was weiß ich, ungefähr 80 Grad sein. Immer vom Ausgangspunkt aus zu sehen. Wenn der in dem Bereich hier oben liegt, also im 80 Grad, dann liegt er im Quadranten 1. Um erstmal zu bestimmen, in welchen Quadranten er liegt, also es gibt 1, 2, 3 und 4 Quadranten, kann man das bestimmen aus diesen Delta-Werten, die wir hier oben berechnet haben. Und in Folge wird dann entsprechend der Delta-Werte, also entweder ob die Minus sind, einer oder mehrerer Delta-Werte von X und Y, muss man diesem Richtungswinkel, den man bestimmt, hier ist die NumPy-Funktion, wird mit dem Tangens erstmal berechnet, hier und dann umgewandelt von Radial in einen Winkel und muss bei bestimmten Quadranten, eben hier dem Quadranten 3, 180 Grad, beziehungsweise im Quadranten 4, 360 und im Quadranten 2 auch 180 Grad, hinzuaddiert werden, damit man den Richtungswinkel bestimmen kann. Also der Richtungswinkel immer von dieser Achse bis, einmal herum, bis 360 Grad. Wir wollen ja dann von dem Ausgangspunkt, also wenn wir den Richtungswinkel bestimmt haben, also in dem Fall 80 Grad, müssen wir dann 90 Grad natürlich hinzuaddieren und wenn die Linie zum Beispiel vom Anfangspunkt zum Endpunkt hier liegt, so liegt, dann ist natürlich der Richtungswinkel von der Linie liegt dann bei, sagen wir mal, 320 Grad. Und 320 Grad plus 90 liegt natürlich die neue Linie wieder im Quadranten 1. Und 320 plus 90 sind natürlich 410 und da müssen wir dann um den Richtungswinkel der neuen Linie, die im rechten Winkel angesetzt werden soll, dann die 360 Grad wieder reduzieren, damit wir den richtungswinkel, den genauen Richtungswinkel bestimmen können von der neuen Linie. Wir ermitteln anschließend dann den Richtungswinkel der neuen Linie, die hier liegen soll, aufgrund des berechneten neuen Richtungswinkels hier oben und müssen anschließend dann rückwärts, wie ich es hier oben gemacht habe, eben entweder 90 Grad abziehen, 180 oder fast wie hier oben 270 Grad abziehen. Im nächsten Punkt werden dann die Koordinaten bestimmt von dem Endpunkt. Der Anfangspunkt ist klar definiert, der soll hier liegen. Und wir brauchen dann einen Endpunkt. Wir brauchen wieder die NumPy-Funktionen, in dem Fall Sinus und Cosinus, von dem Richtungswinkel, den wir oben bestimmt haben, erstmal umgewandelt wieder von Grad zu Radiant. In dem Fall habe ich die Hypotenuse mit 100 Metern einfach bestimmt. Das war für mich jetzt das Einfachste. Ich brauchte hier nichts anderes. Und bestimme dann entsprechend des Quadrantens, weil man ja hier auch anders berechnen muss. Wenn man hier also den x und den y mit einer bisschen anderen Formel, die Koordinate des neuen x-Wertes bzw. des neuen y-Wertes, wie gesagt, entsprechend des Quadranten, den wir hier oben ermittelt haben. In Folge tun wir dann über die Klasse Cookies Point die zwei ermittelten Werte festlegen. Also hier das Ende der Linie festlegen, der Temp x1 und Temp y1. Die Linie, die neue Linie startet natürlich, wie ich es vorhin sagte, am Ausgangspunkt der vorhandenen Basislinie. Und dann passiert eigentlich nichts weiter. Wir legen noch eine Variable von dem Layer in der Raster-Basislinie, wo wir die Linie gleich eingetragen haben wollen, den Data Provider fest vom Layer. Wir setzen eine Variable mit einem Feature, setzen dann die Geometrie mit der Klasse QGS Geometrie als Polyline und geben den Startwert ein, den wir hier bestimmt haben, den Endwert von der Linie und anschließend fügen wir das Objekt hinzu. Wenn wir den Skript jetzt ausführen, sieht man jetzt erstmal noch nichts. Man kann hier unten nochmal was hinschreiben, damit das aktualisiert wird. Wir verschieben ein wenig bloß die Grafik und wir sehen, dass es funktioniert. Wir löschen mal die beiden Linien und setzen mal verschiedenste Linien immer in den unterschiedlichsten Quadranten. Immer hier ist jetzt der Ausgangspunkt, also in der Mitte, sage ich mal hier. Die vier Ausgangspunkte führen das mal aus und haben jetzt jeweils hier den rechten Winkel immer dran. Dasselbe machen wir mal andersrum, dass der Anfangspunkt der Linie innen ist. Ich habe es gerade falsch erzählt, dass der Anfangspunkt war natürlich von der Linie hier außen immer. Dort ist es auch angesetzt. Setzen wir das mal außenrum wieder, dass jede Linie in einem anderen Quadranten ist. Also das ist Quadrant 1, 2, 3 und 4 und führen den Code mal aus. Wir sehen jetzt auch hier, dass die Linie erneut wieder mit dem rechten Winkel, eine Linie im rechten Winkel wieder angesetzt wurde. Das war es für dieses Video. Danke fürs Zusehen und fürs Zuhören.